Jetzt entscheidet selber, wo es nicht weiter klingt. Und ihr wollt aber nicht ganz aufrecht sein, wenn ihr dann gerne mit zur Bildung geht. Lieber Arm. Recht ist recht. Und ihr könnt jetzt immer vorne bleiben. Ihr könnt es aber auch, weil es noch ein bisschen hin und her bringt. Je nachdem, wie ihr das glaubt, jetzt passt. Achtmal noch. Hoch. Tief. Hoch. Die Reise. Hier. Und jetzt halten wir noch kurz, wenn man die Pante zum Fuß kommt und bleiben möchte. Und auch hier wird die Reise weitergekommen. Jetzt ist es sehr zufrieden. Aber wir müssen auch stabilisieren dürfen. So viel wir müssen mehr hochkommen. Die Reise. Und stopp. Hier marschieren wir mit die Reise. Gleich die zweite Seite. Steigen ein bisschen breiter. Normalerweise die richtige Seite. Drehen uns. Rechte Hand, linkes Bein. Hoch und tief. Entweder mit ein bisschen vor und rück. Oder in der Position bleiben. Je nachdem. Wie ihr euch jetzt am besten passt. Ihr wollt es nicht kreuzverklicken, aber zehn Minuten folgt natürlich ein bisschen. Wir haben noch acht. Wir haben noch vier. Wir haben noch zwei. Und jetzt nehmen wir die Hände zum Fußkorb und halten hinten noch kurz. Und auch hier gilt. Etwas aufweichter wird es leichter. Etwas weiter vorgeneigt wird schwer. Stand, Knie leicht gebeugt. Die letzten acht. Die letzten vier. Super Leute. drehen Sie einen gar Corona auf? Ja, Facebook. Ich sehe einen profesor. Wenn differently steht. Und dann verschleren Sie margin��nen würden. Das war sehr sharp, verwarscht.